Die sieben Schritte zur Selbstachtung Schritt 1. Hör auf, Dir Sorgen darüber zu machen, was andere über Dich denken. Schritt 2. Lerne auch Nein zu sagen. Schritt 3. Rede niemals schlecht von Dir selbst. Schritt 4. Kenne Deine Werte und Ideale und stehe für diese auch ein. Schritt 5. Verfolge Deine Träume und gib diese niemals auf. Schritt 6. Sei stolz auf Dich selbst. Schritt 7. Sei dankbar dafür, Du zu sein. Schritt 6. 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 Sei dankbar dafür, Du zu sein. Untertitelung des ZDF, 2020